Hallo Leute bei Landschaft Geier auf YouTube, mein Name ist Andreas Geier, viel Spaß mit dem Video. Viele F assunto in der Hand aufmountrollen Denken 5.0 m und 3,5 € Favoriten, eins floppen und 2, Delete in lassen und arahende Hälfte Zutaten bis zum Multistell. So, jetzt kommen die Kaffee rein. Kann ich noch mal ein bisschen Wasser reinlegen? Ja, gut. Wenn das Video euch gefallen hat, dann schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann schreibt das in die Kommentare.